Und warum? Warum wollen Sie ausgerechnet ein Pathologe werden? War kein Ausbildungsplatz für irgendwo anders? Nein, es ist... Naja, irgendwas müssen Sie mir jetzt schon sagen. Ich kann mit Patienten so schlecht umgehen. Verstehe. Mir geht's genau so. Mir krasst richtig. Bitte? Mir krasst vor kranke Menschen. Wenn Sie tot sind, immer so. Aber wenn Sie am Leben sind und jammern. Ja, genau. Auch dieses ewige Selbstmitleid, oder? Nein. Ja. Ja, äh, stellen Sie mich ein.